Herzlich Willkommen YouTube, zurück zu einer neuen Folge Sea of Thieves mit Dastomi und mit ITT. Einen wunderschönen guten Tag unter mir. Gute Tag, gute Tag. Wieder am Stüttel und wir gehen dahin zur Festung der imperialen Krone. Da ist es. Und wir schippern genau darauf zu. Das ist aber ein guter Kurs. Ja, haben wir noch ein anderes Lied? Wir werden beschossen. Jetzt schon? Ja, jetzt gleich. Drei, zwei, eins, jetzt müssen wir es kommen. Und fängt. Guck mal, gehst du weit weg oder nicht? Ah, dann steh mal doch mal. Guck mal, ist mal fängt. Du, 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 du. Wieder voll Gegenwind, ne? Du, 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 du. Jetzt steht ein Lied. Yes. Oh, der eine kann treppen. Wir spielen hier fröhlich unsere wieder, ey. Wir rauben euch gleich aus. So. Oh, wär der höher gewesen, der wär böse gewesen. Wie der auch. Hohohohohoho. Haha. Nice. Oh, machst du? Ist er beschädigt? Ja. Ja. Ich hab kein Holz. Warte mal, die schießen doch so nah gar nicht mehr. Oder? Ich reparier trotzdem erstmal. Ja. Ist er irgendwo hier dran kaputt? Ne. Reicht, ne? Ja. Fällt fest. Okay. Ich muss noch nachladen vom letzten Mal. Uiuiui. Alter, er hat mich getroffen. Ich wurde auch getroffen. Oh, der war zu hoch. Alter, im Sprung ins Wasser hat er mich erwischt. Ich kann mir direkt den Fisch reinpfeifen, boah. Haha. Ich komm auch. Komm hinterher. Ich mach mal eben den Ankerlose, ne? Ne, doch nicht. Lass ich lieber. Alles cool. Ich hab den legendären einen Fisch geangelt, meine Freunde. Ja, ich hatte einen legendären Fisch geangelt. Was für einen? Dicken Fisch. Oh, da war der daneben. Ich konnte mich nicht entscheiden. Der weicht aus. Ei, ei, ei. Jetzt muss ich aber Munition haben. Oh. Gib Muni. Gib mir Muni. Oh, der Strand wird direkt. Einmal Gold. Ja, auch schon einmal Gold gefunden. Nochmal. Ich hab hier ne Fährräts... Fährräts... Ist unten oder oben schon? Ne, ich bin draußen noch. Beim Start. Ah, ja, 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 ja. Die beiden Kisten, weißt du? Ah, ja, ja, ja. Hab ich mich erschrocken. Ah, ja, wo kommt ihr denn weg? Bei dir? Hast du unten den Raum schon komplett? Ne, ich hab hier links aber, ja. Unten war ich noch nicht. Was? Den hab ich nicht getroffen? What the fuck? Hier liegt doch manchmal ein Geldbeutel auf dem Tisch. Okay, jetzt aber Rad nicht. Hier ist noch ein Schrank. Da ist aber nichts drin. Den Shit hast du alles, ne? Ja, okay. Nice, nice, nice. Noch ein Goldbeutel. Die sind noch wirklich wenig... Wenig... Wenig Tal ab im Dorf. Ja. Die Goldbeutel. Alter, wenn du ein bisschen Totenkopf hier voll hast... Oh Gott. Ist schon krass, ey, wie du über Zeit heilst. Ja, ist das geil, wenn man so schnell nachheilt. Also, heilt so schnell nach. Vielleicht noch Gold auf dem Schrank. Hier wieder voll. Okay. Schädel. Ja, ich bin da weggegangen. Hier musst du gucken wegen den Fässern. Aber pass auf wegen der Dings. Ja. Nicht, dass sie da drauf prügeln, weißt du? Ist so, dann bist du tot. Das war knapp. Die hat mit dem Rücken geschossen. Ja. Stell ich mal hier hin. Du machst was, ne? Okay, ja. Mehr oder weniger. Ich sammel die Fässer dann ein. Kanonfass. Oh, 50 Schuss, Toni. Hier sind 50 Schuss hinten drin. Ja, da muss ich die Kiste gleich holen. Ja, oder das. Genau. Neue Welle. So, drei Fässer habe ich... Ei, 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 ei. Habe ich da schon mal hingelegt. Ja, gut. Ah, ich heile nicht mehr über Zeit. Hat schon nachgelassen, der Bums. Oh, 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 oh. Ne, ei, heilt das. Den Deckel kann ich nicht aufmachen, das ist ja frech. Okay, leider keine Schießpulverfässer hier mehr. Okay. Fast schon. Das, was wir da haben, das ist schon... Gesperrt. Scheiße, da war... Da kommt einer hoch. Bist du oben? Ja. Wieso habe ich so ein bisschen lags, ey? Ich habe auch. So ein Goldbeutel. Alter, da hat es richtig gewoppelt. Noch ein Goldbeutel. Ja, bei mir auch. Noch ein Kanonenkugelfass oben mit 50 Schuss. Okay, das ist viel. Ist ein bisschen, ja. Hast du jetzt angefangen, hast du Schlüssel schon entdeckt? Äh, ne, noch nicht. Du hast ihn auch noch nicht gefunden. Ne. Also hier ist nur eine Kiste, vielleicht haben wir immer die nicht aufgemacht haben. Da muss der oben in der Kiste sein. Oh, jetzt passt bei mir. Oh. Oh, was? Er hat mich runtergeschubst. Okay. Sie gehundet. Autsch. Ach, ich bin hier. Er stand mit mir drin. What the fuck. Hier oben keine Arsenalkiste. Doch, hier. Arsenal nicht, aber Moni. Ja, mein ich ja. Tot. Nimm den Schlüssel nach unten auf. Such mal den anderen. Ja, ich such den für hier oben noch. Äh, da haben wir irgendwas nicht geöffnet. Hier ist noch was im Turm. Da ist nichts drin. Jetzt fang du mal oben schon mal an zu looten. Äh, hier. Benediktschlüssel ist um zu looten. Ja. Ich nach unten schon mal ein bisschen. Okay. Wo ist der scheiß Schlüssel? Irgendwo haben wir nen Schrank übersehen. Hm. Oder ne Kiste halt. Irgendwas. Wo ist ja. Ja, irgendwo da wo drin ist. Oder kann nach unten auch in der Schatzkammer sein. Nee. Wo ich bin. Eigentlich nicht. Äh, lass mich erst gucken. Goldbeutel war hier drin. Ein Schädel war hier noch drin. Nee. Hier unten ist er nicht. Ähm. In den Fässern ist das auch nie. Der kann auch in den großen Kisten sein, die auch draußen sind, ne? Ja, genau. Da habe ich mich auch schon drin geguckt. Das ist merkwürdig. Also ich glaube so. Da muss aber ja irgendwo sein. Ja, ja. Normalerweise schon. Irgendwo ne Kiste übersehen. Das muss ja dann hier drin sein logischerweise. In diesem Raum eigentlich. Oh, wieder so eine Schatzschatulle. Nice. Ich war letztes Mal viel wert, ne? War die nicht irgendwas mit 3000 wert? Da fragst du mich was. Das kann sein, ja? Dass das so viel wert ist. Ne, hier ist aber auch. Achso, das ist der Schatz von unten. Wo ist denn zum Teufel nochmal der Schlüssel? Den haben wir noch nie nicht gehabt. Also. Na, ich bin unten fast fertig, dann suche ich mit. Das gibt's doch gar nicht. Hast du den wirklich nicht schon... Ne, kann ja nicht. Hätt's ja in der Hand gehabt. Ne, den... Genau. Ich guck nochmal unten nach, ob ich hier jetzt alles aus dem Tresor habe. Ja. Ne, eine Kiste habe ich gerade übersehen. Das ist merkwürdig. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Bislang hatten wir den immer in den selben... Kisten irgendwie, die wir jetzt alle geöffnet haben. Dass der da irgendwo drin lag. Deswegen. Das ist wirklich merkwürdig. Oder warte mal. Weißt du hier, wie in überall Tal herum? Ich habe ihn hier abgelegt. Ich hatte ihn schon. Ich habe ihn abgelegt. Ach. Ich habe das... Ich habe das nicht gelesen. Ich habe das als Schatz gewertet. Ah, okay. Soll ich dir dabei helfen? Ne, alles gut. Ist ja nicht viel. Du kannst aber sonst ne... Entweder das schon aufs Schiff landen. Oder du nimmst diese Kiste. Die Lootkiste. Und lootest hier von der Insel. Weißt du? Wie viel geht denn da rein? Alles. Also bis es voll ist. Aber du... Du musst mit Viereck halt rausruten. Aus dem anderen... Aus den äh... Fässern. Ja. Kann ich machen. Ich habe schon mal rüber gefahren. Wo hast du die Kiste denn hingestellt? Äh... Die linke neben den Munitionsfässern. Okay. Da sind zwei Stück. Dann hol du in der Zeit die Schätze schon mal ran, ja? Ja. Ich sammle erstmal hier ein und positioniere das hier oben. Das ist dann die linke von den beiden, wenn du darauf zuguckst. Die Lagerkiste, ne? Genau. Richtig. Und damit gehst du an den Fass dran und hältst Viereck gedrückt an jedem Fass. Können auch Kanonenkugeln rein? Ja. Alles. Da geht alles rein. Okay. Ich habe hier oben... Das war mein Schießfass, oder? Ganz oben sind auch noch 50 Schuss, alter. Huch. Und Nahrung. Ich meine, wir brauchen wahrscheinlich nicht mehr alles. Aber, ähm... Okay, dann sammle ich die Schätze ein. Aber ist ja schon mal gut, dass du die Schlüsse jetzt zumindest wiedergefunden hast. Ja, Gott sei Dank. Also ich habe da auch gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass ich da... den Shit da hingestellt, äh, hingeschmissen habe. Ich fiel das nur gerade ein. So, im Moment. Halt, stopp. Ähm... Geht da unendlich rein, oder? Wie viel? Ja, ziemlich viel. Also da... Eigentlich kriegst du die nicht voll. Eigentlich kriegst du die nicht voll. Ich habe die Flaschen zu. Habt ihr am Schießen? Ja, ja. Abrunde, ne? Ach so. Oh, zu hoch. Das müsste alles gewesen sein. Explosionsfass muss ich vielleicht unter das Schiff packen. Das muss jetzt komplett alles gewesen sein. Da leuchtet nichts mehr. Das sieht gut aus. Explosionsfass, wo bist du da? Schießpulverfass unter das Schiff. Sonst sind wir... Obwohl... Hier am Stake, wo wir hochgehen, hast du hier auch noch was hingestellt, ne? Die Karaffe. Hab ich schon mit... Ja, hab ich schon geholt. Ach so, hast du. Okay. Das ist alles hier. Sorry, du Model. Wollte ich nur gesagt haben. Was? Alles klar. Ich bin ein bisschen fleißig am Looten. Ja, ganz oben ist auch noch... Ich will zumindest die 90 Schuchten noch mitnehmen. Ja. Alter. Ja, bitte. Er wollte das Schießpulver fassen und mich in die Hand nehmen. Also, wenn das auf dem Schiff losgeht, ne? Ja. Dann will ich nicht drauf sein. Hier sind drei Fässer hinten am Heck. Ui. Wir haben instant 500 Löcher im Schiff, glaube ich. Können wir die nicht erst vorerst unten lagern? Vorsichtshalber? Äh, hab... Ich hab hinten, aber ganz unten, wenn da eine Kugel reingeht, dann scheppert das auch. Ich hab die jetzt hinten gelagert, genau am Heck. Wir können die Notfalls auch rausschmeißen dann, wenn irgendwie Feinde kommt. Aber wenn nichts da ist, geht's ja. Dann sind das vielleicht 600, die wir noch an Top kriegen als Währung. Ja, die geben ja mal so, mal so immer, ne? Ja, genau. Aber ich glaub so um 200 irgendwie müssten es sein pro Fass. Aber wir haben doch auch schon mal über 2000 für eins gekriegt, oder nicht? Oder bin ich jetzt grad blöd? Ich glaube nicht für'n Schießpulverfass. Du bist gleich oben angekommen, ja? Ich bin jetzt gerade ganz oben, ja. Wenn da geblitzert hat. Dann sag gleich Bescheid, dann zieh' ich dich von der Pule dann... Ja, ich kann auch rüberspringen. Ja. Ich bin gespannt, wie viel jetzt drin ist. Menge. Ich hab' die ganze Minute, alles. Ey, doch die Küste aus dem Knochen. Du HOND! 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 da kommen wir gar nicht zu den scheiß zu uns zu nehmen sonst müssen wir nahrung schießen so ist es was ist das für eine melodie ich habe keine ich hoffe nur dass wir gleich nicht durch nicht vor uns ist ein schiff nicht durch den kraken müssen der kacke ich hab alles gelagert ist so weil meistens wenn ich wenn wir immer weggefahren sind immer irgendwie was toni über 200 holz war ja unglaublich da kann ja noch ein paar leute auf uns schießen keine melodie ist auch schon wieder vorbei das war gerade jetzt kein karten bitte rein theoretisch könnten wir jetzt sofort auch noch mal umdrehen ja noch mal umdrehen noch nicht erst wenn das jetzt wieder grün leuchtschloh nicht keine ahnung du wirst von mir aus können wir noch mal umdrehen noch mal schätze mitnehmen na gut ich weiß nur nicht ob das jetzt noch geht es leuchtet nämlich noch nicht wieder da das geben wir erst ab dann haben wir das schon mal safe ist ja noch nicht mal weit richtig also noch leuchtet es nicht ich meine erst wenn das wieder leuchtet geht es wieder kann sein noch ist dunkel das ist richtig der turm ist das ok sind wir genau richtig unterwegs so so kann man mal so sagen jetzt sehe ich es nicht mehr ja der turm hier links ist es ja schätze liegen gut das ist so hier willst du rüber ach so ich wollte gerade sagen warum kann ich hier wieso kann ich nicht äh napune benutzen was du darfst so zwischenzeitlich war wohl hier mal wieder hier das ding ist oben ne oder bin ich von oben rüber gerutscht äh bisschen oben rüber gerutscht wirklich ja so warte ich dreh das schiff einmal um weil ich glaube du kommst nicht mehr ran doch ja sogar sehr gut hab ich alles kannst mal kurz gucken äh ne hier ist noch oh warte hä hast du mich hoch geholt sieht gut aus ok kann jetzt auch nicht mehr kannst du uns runter slide und mal gucken wenn du willst ich guck mit fernglas sieht gut aus alles weg ok das ist ne geile methode ne beste finde ich auch mega ach schießpulverfässer haben wir vergessen ach ja ich hole die mal die gehen wir zum schluss ab dann gucken wir mal was die gibt es geben ja ok gut dass du das sagst ich hätte dich schon vergessen aber wenn es dann geknallt hätte dann hätte ich mich auch noch gewundert warum was war das denn was haben die denn für munition ja genau und im nachhinein wäre das dann klar geworden im nachhinein hätte man das dann verstanden und gedacht nein haben wir vergessen war dumm ja ganz genau boah war ordentlich cash ja war irgendwas davon unter 1000 wert ne ne oh hab ich nicht drauf geachtet ja da ist die grafik ist nur 412 aber die gibt es in game währung aber 10 stimmt so jetzt nur 140 nur und jetzt schießpulverfass 140 140 140 124 168 168 168 168 naja ok ist in ordnung ist in ordnung haben wir dazu muss man halt abwägen ob ein das risiko wert ist jetzt für ungefähr 300 die kisten da mitzunehmen wir können aber jetzt noch kommen wir sind können sie haben eine kanonenkugel kiste hier wenn ich die jetzt in der hand nehmen 0 von 50 und fülle jetzt für die vollen kugeln genau weil wir haben ja genug schuss also das ist ja aber guck nach ob danach auch nur auf kanonenkugeln drin sind eigentlich immer ja ja kenne mich auch nichts anderes glaube ich rein ok wenn ich die jetzt abgebe kriegen wir weiß ich nicht wie wenig noch mal hin oder was ja oder nicht noch mal ein bisschen geld machen wir noch mal gehen wir wollen wir das mit der folge mit draufpacken was sollen wir draufpacken nochmal 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 in der folge ja schaffen wir auch zeitlich passt es so schnell abgeben dann auf jeden fall so ist er rechts ne muss er rechts oh nein die liegen überall besser ja habe ich auch noch gesehen das ist kein online-schiff das ist zerrissenes ding ach so jetzt wollte ich grad schießen die kanone ist leer hast keine kugeln in der hand ja die rechte und leckt das schiff so alter schiff ist jetzt am weg aber der muss doch gerannt das schlecht auch jetzt linke seite linke seite linke seite ich treffe nicht weil wir hier richtig packen ich kann nicht reparieren ich kann nicht reparieren ich kann nicht ja die kisten ich habe kein holz falls du holz in der hand hast müsste man einmal flicken habe ich nicht dann schießt du ja wir können nicht ja die kisten wegen der wegen der dings kann ich trotzdem raus nehmen wo oh gott ich habe was runter gesprungen rechts sind die noch irgendwo ein loch war das nur ein loch ja die fahren weg was ich habe auch nicht ne die sind neben uns scheißwelle oh ich kann nicht tiefer ja ja die haben aber nichts getroffen haben die getroffen treff nicht warum treff ich nicht ich bin hier rechts eingeschlagen oder ist unten kaputt ne oh gott die haben zwei löcher geschlagen alter ich treff gar nichts sind vorhin auch nicht so getroffen nur ein Schuss holy der kann gefährlich die ratten verlassen das linken geschiff fortwörtlich die ratten verlassen das linken geschiff fortwörtlich oh alter alter jetzt habe ich getroffen wir wurden nochmal getroffen wir wurden nochmal getroffen dafür jetzt müssen wir mal reparieren alter nochmal zwei löcher alter wir wurden wieder aus wie das hier unten wieder aussieht hey oh mein gott keine muni mehr und die rammen uns jetzt ich habe streus ich habe streus lass mich mal kurz warte das ist kettenschuss naja dann im kettenschuss da ist streus naja dann im kettenschuss da ist streus oh no geht die jetzt nur noch ab ey und das schill ich die ganze Zeit und da jetzt in der kapp Alter hier ist auch noch ein loch ich glaube das war's die stehen ja links fässer link mal ja denk mal ganz ja ich glaube das die gehen unter willst du hin ja ja da kommt der glut das äh oh 22 bretter wir haben noch eben ein loch da wurden wir gerade aber nochmal getroffen guck du eben wegen lenken bitte ich mach was dann noch weg ja ok ich wollte grad gucken ob irgendwo noch ein Loch ist hast du da links gelenkt ja ok ich weiß nicht wir haben auch noch vollen Segel drin ne ich hab mal Segel eingeholt ich weiß nicht wo die waren ich hab keine wir haben uns ja noch ach da links ne da sind die fässer ja doch die ist richtig da ist richtig jetzt geradeaus ich bin oben die drei fässer das waren die nicht alter ich hab die doch getroffen im wasser geschwungen ne ich bin oben lenkt mal irgendwie dahin oder so irgendwo muss hier aber jetzt gleich noch gut hochkommen das waren nicht die drei fässer die wir da von dem Schiff bekommen normalerweise da müsste auf jeden Fall was leuchten wobei ich weiß nicht mehr wo das war sind nur die Fässer kannst du die Lenkung mal dahin orientieren wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis ähm ähm war das echt nur die Fässer muss ja oder ist unter uns dickloot ne also so dick wirds wohl nicht sein aber mh höchstens der ein oder andere Totenschädel ja ich guck grad von oben ich weiß halt nicht wie weit wir noch gefahren sind vom Untergang des Schiffes dann komm mal wieder runter äh aber wollts die Fässer nicht mitnehmen ne ne wir sind so gut ausgestattet ja wir sind schon wieder da ok Corona so unten alles zerbombt alles ja das Schiff hat schon ganz schön viel durchgemacht wir sind tatsächlich respawned schießen auch schon auf uns ja ja wir fahren nach links ja ich fahr nach rechts gelenk oh der ist gefährlich ist häftlich oder? oh alter was ich mein super Fisch mal den mir gleich in die Kiemen hauen was kannst du machen ach ich hab die Hälfte vom legendären Fisch hab ich noch ich hab nur noch die eine Hälfte bis jetzt gegessen ja kannst du komplett aufessen quasi meinen anderen Fisch hast du auch noch ne? ja top er macht Leben wieder ganz voll ok passt ok passt ok passt ok passt ok passt auch alter hast du den nice gewinnt ja sag mal einen geb ich noch und soviel money ja die Fässer die bleiben natürlich leer ne? schade ja ach so hm stimmt schade ne die bleiben leer das ist ja gar nicht gut komm wir ja gar kein Essen nach snacken hehehe weil wir es auch so bitter nötig haben ja wahrscheinlich nicht und der Rest ist alles wieder zu ja tatsache das ist natürlich geil wieder dann ne? das ist gut ja geht schnell ne? dass man wieder looten kann also ich hab zwischen ihm gefaucht und nicht wie? ja ich hab ich nem platz nein Kannst du auch zugucken, warum nicht? Oh, hier sind zwei... Ei! Ja? Hier sind zwei Sachen drin. Okay, Schießpulverfässer respawn auch nicht. Okay. Alter! Wo ist er hin? Jetzt geht er runter, he? Nice! Hier ist noch was drin. Oh, ich wünschte, wenn ihr auch was neben mir. Ich hab den Schlüssel. Sehr schön. Ich hab den ins Wasser aus Versehen geworfen. Ja, mach mal ein Mann versuchen. Aus, schluck der Misch. Regner. Scheiße, nicht gut drauf, da war ich zu schnell. Hat der eine hier Munition verloren? Naja, ist mir auch egal. Nimm ich den Toten-Fuck-Schädel mit. Da-da-da-da-da-da-da. Oh Gott. Fast gestorben. Verrecke! Aber du fasst. 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 Ich hab keine Muni mehr. Ah, hier. So, jetzt muss Bossi-Boss kommen, oder nicht? So ist es. Meiner Meinung nach schon. Schon. Äh, kommt ich von unten oder kommt ich von oben. so hat meine revolver hat nicht ausgelöst das ruckelt wie sau gerade alle teleportieren sich die schweinehunde wo ist denn der boss immer noch kein boss doch noch nicht jetzt muss er dann kommen irgendwo nehmt hier noch einer ne ne hat geläutet über uns unten ist der boss ja ja da habe ich noch ein paar gegner ist er oben ein bisschen gefressen hat er schon hinter dir ich würde ganz runter gehauen ist tot okay schlüssel hast du ne ja da war man auf ich mache vor schon mal auf hier mein pote tut weh vom sitzen und wie pote tut weh vom sitzen kannst ja rumstehen zocken aber dann ist das eben weg man sieht so wenig wenn sowas angezeigt wird ne ne ja boah ey wenn sowas im kampf hast und fährst irgendwie auf eine insel zu das ist nur brutal belästigend belästigend ja das belästigt mich dann von der side of life ich finde das stört dann total weil ich glaube dann nimmst du den halben kampf nur noch wahr ist das schon wie wenn du getrunken aus oder du ja so ist das einfach einfach schwierig dann ach der kech so bei diesem dinge ist alles da so ne kisse hast du 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 alles das war's alles cool gar nichts mehr ne die fässer hier unten habe ich ja gar nicht mehr gedacht hier sind noch essensfässer war zwei stück ja das ist richtig was sagen das brauchen wir ja jetzt rein theoretisch gar nicht mehr weil das ist jetzt nicht mehr lohnen jetzt sind die kisten respawned inhalte ja die kann ihm aber auch schon ein bisschen was von einigen kisten ne die sind überall wieder respawned überall ja ok gut soll ich sammeln oder nicht ne brauchst du nicht alles gut haben genug dachte ja safe haben wir genug denkst du an die schätze oben aber schon ja ich hab schon alles ne sind alles sind alles sind alles sind alles haben wir noch nen schießpulverfass hier ne oben liegt noch ne kiste tony bei der kanone ja hab ich sie ja ohja ok nice gut dann äh Anker anheben und Vollgas würd ich auch sagen ja wir haben gegenwind online und dann bestimmt noch kragen wenn alles komplett rechts rum ne ja also jetzt gleich weiter aus da ich sie jetzt weiter aus hier ja jetzt ich seh da wohl leuchten das ist das schöne von da aus siehst du das direkt ja das stimmt aber gegenwind ist natürlich jetzt wieder mächtig prächtig ne obwohl äh hallo was sieht noch aus ja he so da liegen noch Fässer vor uns das sieht voll hin ey alter guck mal rein was da drin brauchbar oder nicht brauchbar mach weg oh scheiße das ist das zweite ja das kannst du dran lassen ist Holz drinnen noch ok haha so viel Holz brauchen ja ok doch wir wurden ordentlich bombardiert naja das ist wohl wahr das ist nur das andere in der Schlamme abbekommen haben wir einiges so ist das wie lange muss ne Schlange kochen äh siehst du auch so hell hellweiß so ein bisschen aber so ein bisschen bräunlich geht eigentlich schnell bei Schlange geht eigentlich schnell bei Schlange ne ja ich glaube es jetzt muss gut sein ja ok also eigentlich gar nicht so schwer mit dem äh mit dem braten muss ich halt erstmal nur einmal das alles angucken was zum Faktorloch ähm ja wir kriegen Megalodon aber der ist gleich weg wenn wir da sind beziehungsweise der Geist hat zwei Rechner bei uns rum aber der trifft uns oh der steuert uns gleich wieder ich habe keine Muni wir sind eh gleich jetzt da der macht uns nichts mehr der hält Abstand schieß du Arschgeige hm oh reicht das ein bisschen schnell ja Segel ist aber eingenommen eingeholt eingenommen das ist nicht Ketchup the Flag ne ein bisschen rechts ne ist so ja ich weiß ich drehe jetzt rechts rum oh der kommt wieder ja aber der kommt ja nicht ganz ran ok so müsste es gehen bedingt aber ja oh der Mast ist auch noch nicht ganz repariert ist der angebrochen oder lag der mal der ist angebrochen der Mast der war angebrochen soll ich wieder weg holen wäre besser ja ok warte 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 sonst eins nein oh ich dachte du hast mich weg gezogen oh ich weiß nicht ob ich da jetzt noch dran komme ja die Plattform ist im weg warte kannst du ein Stück vorfahren sonst ja die kannst du runter hinter dem Hebel Leute ich weiß nicht wo die Schätze dann spawnen ne ne die spawnen genau unten auf der Plattform dann wenn die Plattform unten ist dann fallen die unten auf die Plattform drauf das ist alles cool mach die ruhig weg aha Gott sei dank ja nice ah der ist noch ne Karaffe die nehm ich nur mit ah die kannst du mitnehmen ja auch schon oh Gott so ich hab jetzt 370.000 und 1,5 146.000 gucken fehlen auch die Schießpulverfässer jetzt ne ja das stimmt aber das macht ja nicht viel noch ein bisschen 300 400 200 zweit geht auch schon schnell ne ja das ist irgendwas 10 Echtgeldwährung gegeben ohja aber das war's knappe 20k nicht ganz 15k 16.000 16 16k ja naja ok du musst noch ein Hai braten ne ne Hai hab ich schon ja aber auf der Xbox ja ich hab keine Muni mehr kommst du jetzt auf Hai weil hier ein Hai schwimmt ich will ihn jetzt mit einem Schwert machen muss ich das denn auf der Playstation nochmal kochen ja mal schon kann ich den auch noch loomen ne ne das Fleischstück liegt hier oben das spawnt immer dann oben an der Wasseroberfläche ich kanns aber nicht mitnehmen kannst du das hier nehmen ja und das soll ich jetzt kochen noch genau das kannst du dann auch nochmal einmal durch kochen auch bis es wieder weiß ist oder was ja genau richtig der Megalodon auf uns wartet was mhm ja der hat irgendwie weiß ich auch nicht lange ach so warte danke ich glaub die haue ich mir nochmal rein ein bisschen mehr extra leben nächstes halb hälfte mehr jetzt kommt immer noch die benachrichtigung das und das hast verkauft die sind das ja das zieht sich wie so kaugummi schon runter ne es dauert siehst du auch gleich da wird das so ein bisschen heller und dann wird das ein bisschen bräunlich und weiß jetzt ändert das eine farbe jetzt kommt runter ne noch nicht das in der mitte ist noch rot jetzt kommt der nächste farbton jetzt gleich wenn das jetzt kannst du das runternehmen ich verstehe ok also wie echtes kochen tatsächlich genau richtig also es sieht dann auch genau richtig äh holz zur reparatur von anker benötigt alles klar wann ist das passiert ich hab keine ahnung äh ist mir auch noch nicht aufgefallen vorher der mast ist repariert äh merkwürdig vor allem hier musst du erstmal gucken wo nicht repariert wurde ja hier ist alles im arsch schon ja kostet 5000 wenn ich das reparieren würde aber ich finde das cool dass das so aussieht wenn das mitgenommen wurde weißt du von den ganzen fahrten ja irgendwie schon ich kann das auch noch im brand stecken wenn du willst ja es hat schon mal gebrannt soll ich? warte mal ich hab hier was ich noch sagen wollte du hattest ja wegen dem steuerrad gefragt ne ja ich hab äh dieses steuerrad oder diese hand hier wenn du hier unten mal guckst wirst du wirst du? also sag mal hier im regal die ganzen regale hab ich gefüllt ja das hab ich schon gesehen und hier halt dann auch hier die hand mit dem messer auf dem fass oder halt an den wänden hier dieser anker und all so ein kram und die töpfe auf den fässern und so das hab ich alles gekauft und dekoriert das ist alles deko und das bleibt dann auch fest so auf dem schiff wie du es gemacht hast das ist auch geil und noch was du weißt du was mich wundert? ja ja warte komm mal komm mal ganz kurz zeig dir mal was wenn du hier die laube die luke ne wenn du die aufmachst ne ja warte wir warten das auch noch warte warte ist das das schiff? das war das andere schiff du kannst bei dem anderen schiff ne das war das hier du gehst hier hin war das von hier dann kannst du drauf springen ne scheiße du konntest ich glaub vom anderen schiff ist das kannst du von dem fenster aus an die leiter springen und dann glitschst du durchs fenster an die leiter nach außen ich glaub beim zweier und dreier schiff war das glaub ich so ok da kannst du dann quasi zack 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 dann kannst du die gegner auch mit verwirren ah ja niceer scheiß du hast das geschafft ja ordentlich money 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 und so gemacht war ich würd's auch sagen von ja zum abschluss erstmal ne dicke ananas reinpfeifen dicke ananas dicke ananas ich hab auch ne geile ananas und das kann das ne bockkugel ja ne das ist sie nicht wie kann ich denn die kann man nicht kann man mehr ich kann die nicht ich kann die nicht werfen alter tony die folge geht fast die stunde die müssen wir jetzt mal hier echt ist so dann lade ich ja wieder drei tage hoch hast du wohl wahr hast du wohl wahr hast du wohl wahr dann hier ich hab nichts mehr als ne donnerbombe ich wollte eigentlich brand machen aber ich glaub ich hab keinen brand nö den hast du den ganzen brand hilfe ha 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 und auch nicht aber meine freunde hier machen wir jetzt wirklich ein karte vielen dank fürs zusehen wenn euch die folge gefallen hat lasst ein like und ein abo bei uns da und dann würde ich sagen bis zur nächsten folge und bis zur nächsten folge leute haut rein tschüss